Hallo, hier ist wieder der Olaf aus der wunderschönen Thailand. Nachdem es in den letzten paar Tagen immer mal wieder geregnet hat, scheint heute endlich wieder die Sonne. Das heisst, es gibt jede Menge Arbeit im Garten. Den Anfang werde ich heute mal mit Rasenschneiden machen. Ob das alles so klappt, wie ich mir das vornehme, seht ihr in diesem Video. Bleibt unbedingt dran! Für all jene, welche es noch nicht wissen, unser Garten ist ja 2-Reihe gross. Das entspricht 3.200 Quadratmeter. Davon haben wir jetzt mittlerweile noch eine Rasenfläche von ca. 1.000 Quadratmeter. Der Rest ist überbaut worden von unseren Gästehäusern. Ist ja praktisch, da hat Olaf weniger Rasen zu mähen. Dazu kommt natürlich, dass es auch sonst noch jede Menge Gartenarbeit hier gibt. Zu 99% mache ich die Arbeit selbst. Es ist sehr selten, dass ich mal eine Hilfe brauche. Wenn ich mal eine Hilfe brauche, dann geht es darum, die Bäume zu schneiden. Wenn man da einen Baum hochkraxeln muss und dann mit der Machete die Äste abschneiden muss. Das ist nichts für den Olaf, das lasse ich lieber von einem Einheimischen machen. Doch den Rest mache ich alles selbst. Bevor ich loslege, zeige ich euch nochmal das gute Stück. Das ist also unser Rasenmäher, Marke Matsubishi. Also nicht Mitsubishi. Irgend so ein No-Name-Produkt. Diesen Rasenmäher habe ich vor Ort gekauft. Also nicht irgendwie online bestellt oder beim Grosshändler gekauft. Sondern vor einem kleinen Geschäft in Watsing. Der war auch sehr günstig. Der hat gerade mal 6.000 Baht gekocht oder etwas mehr als 6.000 Baht. Das Gute daran ist wirklich, wenn mal etwas nicht in Ordnung ist, kann man es in den Laden bringen. Der kann es auch reparieren. Wenn man es irgendwo online bestellt, ist es immer ein bisschen schwierig, wenn etwas am Rasenmäher nicht funktionieren sollte. Dann schauen wir mal, ob das gute Stück auch anspringt. So, dann starten wir mal. Mal schauen, ob alles läuft. Benzin und Öl hat es noch. Schon mal ein gutes Zeichen. Na? Bisschen mehr. Wieder gar nicht anspringen. Also Benzin hat er genügend drinnen. Er ist halt eine Weile rumgestanden. Vollgas. Na? Fast. Irgendwie wieder nicht anspringen. Jetzt schon außer Atem. Was denkst du? Ich glaube, den müssen wir in den Laden bringen. Jetzt schon außer Atem gekommen. Ein paar Mal starten. Das wird jetzt das Beste sein. Das ist gut hier in Thailand. Da müssen wir das Rasenmäher nicht selbst im Laden vorbeibringen. Weil unser Auto ist nicht so groß, dass da der Rasenmäher Platz hat. Oder beziehungsweise, wenn wir da alles dreckig machen. Schmutzig machen. Ja, dann lassen wir den Rasenmäher abholen. Und schauen wir weiter. Bis gleich. Neulich. Neulich. Seht ihr schon mal das Fahrzeug, wo den Rasenmäher abholt. Ein Dreiradmotorrad. Ein sogenanntes Sammler. So. Ist anders. Ist ja noch rausgekommen, Schatz. Ist ja rausgekommen. Vielleicht gegen den Hund besser. Das Ganze aufgeladen. So transportiert man in Thailand ein Rasenmäher. Ist doch einfach Motorradtaxi anrufen. Sie bringt das Motorrad, den Rasenmäher jetzt zum Händler. Und der repariert ihn dann hoffentlich. Zum letzten Mal hat es ja auch sehr gut geklappt. Jetzt nicht das erste Mal, dass wir den Rasenmäher dort hingebracht haben. Das letzte Mal schon Startprobleme gehabt. In der Zeit, wo ich jetzt nicht hier war, hat ja meistens der Gärtner, der kam. Der hat mit seinem Rasentrimmer den Rasen geschnitten. Natürlich, dass der Rasenmäher jetzt da ein paar Wochen nicht mehr gelaufen ist. Das ist natürlich nicht so optimal. Also, auf sie, vielmehr ist es besser als mich. Du machst dich gut als Kamera, Frau. Muss ich gar nicht mehr filmen. Bye, bye. Ja, nun ist also unser geliebter Rasenmäher auf dem Weg zum Händler, wo wir den Rasenmäher auch gekauft haben. Das Praktische dort ist, dass er auch die Geräte selbst repariert. Also, wir hätten jetzt auch ihn anrufen können. Dann wäre er vorbeigekommen und hätte den Rasenmäher abgeholt. Aber die Variante da mit diesem Motorradtaxi ist auch eine gute Variante. Da verdient diese Frau auch noch was daran. Und so teuer ist der Transport jetzt auch nicht. Ja, bei der Fehlersuche habe ich jetzt keine Bedenken, dass er den Fehler nicht findet. Ich tippe da mal auf die Zündkerze oder den Vergaser. Der eine oder andere von euch wird jetzt wahrscheinlich sagen, das hätte man auch selbst reparieren können. Stimmt. Aber ja, ich möchte ja auch das Gewerbe vor Ort unterstützen. Da haben die auch was davon. Ja, ich habe ja noch genug Arbeit im Garten. Da kann ich was anderes tun in der Zwischenzeit. Normalerweise geht es ein paar Stunden bis vielleicht ein, zwei Tage, bis das Ganze repariert ist. Je nachdem wie viel Arbeit er sonst noch hat, schauen wir mal, bis das Rasenmäher zurückkommt. Aber wie gesagt, ich habe noch jede Menge Arbeit im Garten. Ja, hallo ihr Lieben. Es hat gerade mal drei Stunden gedauert und der Rasenmäher wurde mir wieder zurückgebracht. Ja, da ist er nun, das gute Stück. Frisch repariert. Ich werde gleich testen, ob es auch funktioniert. Ja, der Grund weshalb ich den Rasenmäher nicht starten konnte, war wie vermutet eine defekte Zündkerze. Der Mechaniker hat die Zündkerze ersetzt, gleich noch einen Ölwechsel gemacht. Das Ganze hat jetzt 250 Baht gekostet. Das ist beim aktuellen Euro-Kurs 6,80 Euro. Ja, dazu kommt noch eine geringe Gebühr für die Taxifahrerin, für das Holen und Wiederbringen des Rasenmäher. Da muss ich noch 40 Baht zahlen, also kann man nicht viel sagen. Ja, jetzt muss man natürlich gleich testen, ob es auch wirklich funktioniert. Sonst nützt die alles nichts. Schauen wir gleich mal. Versuchen wir mal das Ganze, ob es auch funktioniert. Ah, hört sich schon mal gut an. Nehmen wir gleich mal eine Runde. Die Ktock. 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 Wie ihr sehen konntet, läuft der Rasenmäher wieder einwandfrei, einmal kurz an das Startkabel gezogen und ist gleich angesprungen. Ich bin auch froh darum, denn der Rasen hat es wirklich nötig, dass er wieder geschnitten wird. Wie beim Test gesehen, brauche ich ziemlich Kraft, um da durch den Rasen durchzukommen. Jetzt der eine oder andere von euch, welcher den Rasenmäher ein bisschen genauer angeschaut hat, wird sich vielleicht wundern und denken, da ist doch noch einen zweiten Hebel an diesem Rasenmäher. Da ist doch ein Antrieb dran. Stimmt, das hatte es mal. Also der Antrieb wäre eigentlich immer noch dran, aber das Kabel ist abgehängt. Das habe ich meiner lieben Frau zu verdanken. Denn die hat sich mal gesagt, der Olaf soll ein bisschen mehr Fitness machen. Da lasse ich vom Mechaniker dieses Kabel abhängen. Dann kann der Olaf einfach den Rasenmäher mit Muskelkraft durch den Garten stossen. Das ist automatisch noch ein bisschen Fitness. Eine gute Idee und ist ja schön, wenn sich die Frau Sorgen macht und denkt, er muss ein bisschen mehr Fitness machen. So, jetzt aber genug gequatscht. Vielleicht seht ihr es im Hintergrund. Es ziehen wieder dunkle Wolken auf. Ich muss mich jetzt da noch beeilen, dass ich da jetzt noch fertig werde mit Rasen schneiden. Oder ich versuche es mal fertig zu werden, sonst mache ich es halt morgen. Jedenfalls, wenn ich jetzt an einem Tag alles schneide, dann brauche ich so zwischen zwei bis drei Stunden, bis der ganze Rasen geschnitten ist. Kommt natürlich immer darauf an, wie hoch das der Rasen ist. Also, jetzt kommt die Sonne wieder nach vorne. Nichts mit Siesta machen. Ja, wie immer an dieser Stelle. Wenn euch dieses Video gefallen hat oder euch auch meine anderen Videos gefallen, abonnier bitte meinen Kanal, drückt unten auf die Glocke. Bleibt gesund, bis bald, euer Olaf.